Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute, und heute wird wieder Golf gespielt. Und heute spielen wir wieder Golf mit meinem Freund André und Braxis. Es geht los, Jungs. Es geht wieder um die Ehre und Stolz von Mama, wer hier gewinnen wird. Ich habe meinen Hut endlich mal ausgezogen, sage ich euch early, und bin drin in zwei Schlägen. Oh nein! Oh nein! Ich fühle das Spiel. Er fühlt das komplett, Digga. Man hätte es in der Holy One machen können, ich sage euch ehrlich. Okay, links oder rechts? Immer Linksmeter, Leute. Merkt euch. Er macht nicht so stark. Und gibst du Tipps, Digga? Ja, Entschuldigung, Bro. Was langtisch gibst du denn Tipps? Was bist du für hässlicher Heslon? Ey, es gibt einen Trick, den verrate ich euch jetzt, weil ich gemein war, okay? Okay, sag jetzt. Wenn ihr aus Versehen R drückt, drückt wieder F. Dann seid ihr wieder da. Ehrlich? Ja, das haben die Leute in die Kommentare geschreit, der hat jetzt schon Tricks. Oh, Brex, Digga, ich würde sagen, wenn wir richtig gegenhauen. Oh, André hat fünf Schläge. Riet, du hast nichts mehr zu verlieren, die Runde hat gerade angefangen. Schau, und mal weg, der André hat fünf Schläge, ich habe fünf Schläge, Brex hat vier Schläge einfach gebraucht. Wir haben alle sieben Schläge. Sieben, 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 Junge. Guck mal, ich gebe euch einen Tipp. Ich gebe euch einen Tipp. Okay, ich gebe euch doch keinen Tipp, Digga. Scheiße. Oh, André schubs, schubs. Okay, ich schubs dich rein. Nein, 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 ich schubs dich, ich schubs dich. Was ist das denn? Was ist das denn? Hä, wieso geht der so stark? Toni, stark? Bruder, was mache ich denn? Ja, ja, er hat wieder nichts zu verlieren. Bro, ich habe wieder irgendwie nichts zu verlieren eigentlich, irgendwie. Das ist halt geil irgendwie, aber auch irgendwie nicht geil, Digga. Guck mal, ich gehe rein in sieben Schlägen, leider. Odoman auf den letzten Platz ist aber okay, Freunde, sage ich euch ehrlich, denn jetzt wird Home of the One gemacht. Das ist der Classics. Doch nicht. Der Odoman Classics. Classics. Ehen drin. Guck mal, clean. Ehen zwei. Brax macht den Classic. Der macht den Classic. Mit seinem Pömpel, Junge, der sieht so scheiße aus. Ey, sag nicht mal. Stabil, Bro. Ja, weil du auch redest. Du bist so gut, Bro, du bist so gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte mal, warte mal. Warum redest du mit 16? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Freunde, schreibt jetzt in die Kommentare. Braxis, fünf Schläge. Jeder, der das in die Kommentare schreibt, kriegt von mir ein Herz. Okay. Der kriegt von mir ein Herz, Freunde. Und lasst natürlich ein Like da nicht vergessen, Freunde. Ich will mal sehen, wie viele Likes Golf wird schafft. Also macht eure gebildete Faust und haut mal auf den Like-Button, Freunde. Auf süß. Und ich mach das jetzt in Hole in One. Das kann nicht sein. Wollen wir mal gucken, wie schlecht ihr seid. Das kann nicht sein, Bro. Das wäre so ein Hole in One, Digga. Jetzt bin ich in die Reihe drin. Schon peinlich irgendwie. Okay, Brax, machst du wieder? Okay, schade. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Jetzt kannst du echt nichts mehr verlieren. Guck mal, jetzt musst du stark schlagen. Oh mein Gott, du musst schlag dagen. Stark schlagen. Ey, ich kann das nicht mehr. Schlag schlagen. Stark schlagen. Egal. Okay, hör lieber auf, sonst stream ich nicht mit dir. Streamt ihr? Nein? Ja, wir sind live dabei. Wir sind live jeden Tag, jeden Dienstag und Donnerstag um 27 Uhr. Bro, ich roll hier gerade. Das ist für mich zu Ende, das Map. Brax, geh mal weg, Bro. Hör doch bitte auf, ja. Geh doch weg einfach. Bro, man hätte richtig stark schlagen müssen, André. Schlagst du stark, du kannst, Digga. Stark, du kannst. Stark, du kannst. Mann, ich will nicht mehr richtig. Warum? Okay, jetzt. Okay, ich will Brax nicht treuern. Okay, ich gehe aus aufs Schokstau. Er wollte mich treuern. Ich gehe aus aufs Schokstau. Nein, wollte ich wirklich nicht. Ich gehe in sechs Schlägen rein, Junge. Auf ganz entspannte Reno-Basis. Wie viele Schläge haben wir? Also du bist noch Erster. Ich bin Zweiter und du bist jetzt out of Stokes. Und das heißt, Urban ist wieder auf den ersten Platz, meine Damen und Herren. Okay, wir müssen schanzen, Jungs. Okay, aber es gibt hier auch nochmal ein Loch. Easy. Ich glaube, ich werde weggepeht, oder? Nein. 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 Komm, nein. Ey, Jungs, kommt mal hinter euch. Zack. Oh, wir drehen. Wir drehen hinter uns. Seid ihr echt in diese Dings reingegangen? Drück mal R ab. Du bist eh wo. Ich drück nicht R. Ich drück mal. Du kannst da nach F drücken. Nein, ich drück nie wieder R. Ich bin so uncool, Mann. Ist mir egal. Denkst du, ich glaube... Oh mein Gott, ich sehe es, Jungs. Ich sehe es. Wenn ich sehe, der sieht es. Bin drin, hole in one. Ich bin ein Albatross. Und weißt du, was ein Albatross ist? Ich habe dich geschubst. Ja. Ich weiß es auch nicht. Eine Möwe. Nice Breaks. Bild Breaks. Maschine Breaks. Krank Breaks. Falls ein Computer-Hardware-Hersteller hier gerade zuschaut und mein Freund Braxis und mich mit Tastatur und Mäusen bestatten will, weil ich glaube, Braxis seine Maus ist gerade nicht so gut. Der kann sich gerne... Ich war doch drin. Der kann sich gerne jetzt bei mir melden. Oh mein Gott. Dicker, das ist so schlecht. Oder geh doch normal. Geh doch wie ein Rentner, Bro. Nein. Das, das war gerade torig. Ihr kriegt Krise von mir. Ich weiß. Ich kriege echt Kopfschmerzen gerade. Out of Stokes. Stronx. Out of Stronx. Oh mein Gott. Ich bin so gut. Ich bin so gut hole in one. Bro, mich... Guck mal. Man nennt mich auch in Fachsprache der Fette. Ich war auch hole in one. Mich nennt man aber nicht der Fette. Ja, du bist der kleine Zwerg. Warum verbreitest du so ein Gerücht? Ich verbreite kein Gerücht. So wie andere Gerüchte über mich verbreiten, dass ich irgendwie... Dass du mich gerne... Magst? Oh, du bist so ein Glückspilz. Du bist so ein Glückspilz, Digga. Egal, alles gut. Ich bin immer noch erster, Bro. Brex, was machst du jetzt, Digga? Bitte. Oh mein Gott, Digga. Jungs, warum schiebt ihr immer so Hass? Guck hier, alles easy. Wir schieben keinen Hass. Wir wollen nur verstehen, wie du denkst. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist ehrlich schwierig. Ich versuch das unmöglich, ihm möglich zu machen. Weiß nicht mal. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Oh mein Gott, ich nicht. Oh, wir hätten richtig stark schlagen müssen. Schlack, Schlack. Schlack, Schlack. Wenn du jetzt Schlack schlägst. Wer zuletzt stehen bleibt, ist ein faules Ei. Breaks. Hä? Oh mein Gott. Du hast denselben gemacht wie ich, Digga. Bin so gut, bin so gut. Ich bin so ein toller Hohn. Da muss man rein. Hä? Da muss man nicht rein. Seid ihr dumm? Ja. Geh mal rein. Stark, Breaks. Danke, Mann. Ich hab den Bugi gemacht. Ich würde André eigentlich wegschlagen. Schlack, Schlack. Boah, Glück gehabt, André. Sag ich dir ehrlich. Du hast Glück, dass wir alles können. Ah, genau können. Okay, was müssen wir hier machen, Doof? Also, wer fault, ist ein Ehrenloser. Ich sag euch ehrlich. Ah, ich checke, wohin. Wohin denn? Nein. Nein, wohin denn? Sag ich nicht. Nein, es geht nicht. Man muss genau in der Mitte bleiben. Nein! Light Blue. Okay, ich muss es so probieren, Leute. Nein. Wir schaffen das. Das geht, glaube ich, nicht, Bro. Also, es geht, Bro. Nein, der geht entweder nach links oder nach rechts. Bo. Das geht, Bro. Mach andere Seite. Geht nicht. Man muss, man muss wirklich weggehen. Ich darf nicht zu doll schlagen. Genau Mitte und nicht zu doll schlagen. Ah, okay. Das war stark. Nein, eben nicht. Du hattest einfach nur Glück, Bro. Nein, nicht zu doll. Ja, genau, so war richtig. So, 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 genau. Warte, warte. Genau Mitte, war gar nicht voll, ja. Einfach keine Schläge mehr, Digga. Autostrokes, Noob. Alles gut, ich bin immer noch erster Noob. Ich war auch Autostrokes. Ich war auch Autostrokes. Ich war auch Satersoos. Ich war auch Satersoos. Okay, guck mal, hier müssen wir Jojo spielen. Guck mal, hier müssen wir hier gegenschlagen. Dann gehen wir hier. Oh mein Gott, Bro, ich hab einfach Mathe studiert, Bro. Mein Name in Mathelehrer-Style. Weißt du, wie der wär? Wie? Mr. Mathe-Studium. Mr. Mathe-Studium, Digga. Oh mein Gott, ich hab Mathe nicht studiert. Stadion, Digga. Guck mal, weg von meinem Loch, Bro. Du hast einfach einen Schlag mehr. Ist mir egal und du hast einfach auch einen Schlag mehr, du Otto. Nein. Doch. Ey, danke mal. Er spielt Jojo mit dir. Sag dir ehrlich, André, ist nicht gut für deinen Score, ne? Score. Was machst du da? Ich mach Jojo mit dir. Du hast einen Schlag mehr. Du hast einen Schlag mehr als André jetzt. Okay. Wenn du den jetzt reinmachst, hast du immer noch zwei Schläge mehr als der. Wow. Ich hab Karma ganz hier. Okay, Bild. Wir gehen hier, dann da rein. Oh mein Gott, wie soll das gehen, Bro? Okay, ich checke. Man kann den hier machen. Okay, ich checke. Aber nicht so stark. Noch leichter? Oha, okay, das war zu schnell. Ich bin drin. Oh, knapp. Leicht, leichter. Ah, verstehe. Leichter, leichter. Skitches. Skitches. Oha. Bin drin, Digga. Bin drin in sieben. Salaziden. Also, ich sag euch ehrlich, easy peasy win, Digga. Ihr seid echt Lutscher. Ich sag euch ehrlich, ich hol dich noch einen. Ich weiß nicht, wieso André immer bei seinen Videos mal so tryharden muss, aber hier, er ist halt ein Lutscher, ihr seht's, Freunde. Aber über Brexit will ich nicht anfangen. Oha, über Brexit will ich nicht anfangen. Du hast schon Klo-Pümpel auf deinem Kopf, Bro. Guck mal, was der sagt. Warum wirst du nie bei als Erster? Guck mal, was der sagt. Ey, hör mal auf. Kleiner Hund, Digga. Tschüss, mach's gut. Guck mal, was der sagt. Tschüss, Jungs. Boah, wärst du drin, wärst du Mathematiker. Boah. Alter. Boah. Als ob er reinkommt. Alles berechnet. Als ob er reinkommt, Bro. Hallo. Hallo. Aber wir können auch Dingsy spielen. V-Simulator. Dingsy-Dolsy, komm. Schlack. Schlack. Alles gut, ich bleib hier, weil dann bin ich ein bisschen näher dran. Und dann könnt ihr jetzt... Hä? Was machst du denn? Er hat keine Schläge mehr. Ich wollte predikten, Digga. Ich wollte predikten. Guck mal, ich hole jetzt noch Braxis ein. Nein, du kannst mir helfen. Ich kann ihn noch einholen. Du kannst mich gar nicht einholen. Er braucht nur 10. Das ist schläge. Guck mal, ich gehe durch die Mitte. Er braucht nur 10. Ah, das ist langsam. Okay, checke. Er ist einfach aus Zufall gegeben. Nein, das ist ja extra so. Dummkropf. Dummkropf. War Zufall. War Zufall. War auch Zufall. Du bist Zufall. Wir müssen schaffen, dass er out of stroke geht. Er könnte das nicht schaffen, Bro. Mein Name ist... No Man. Okay. Muss man nen Namen machen. Oh mein Gott. Okay, pass auf jetzt. Okay, das ist zu schwach. Das ist zu stark. Das ist genau perfekt. Ich bin so ein Macher, Bro. Und kein Lacher. Mich nennt man auch Machoman. Mich nennt man immer irgendwas. Wie würdet ihr mich nennen, Freunde? Ein cooler Name, der kommt nächstes Mal ins Video. Als Kommentar des Lives-Kommentars. Deswegen schreibe ich jetzt einen Namen. Was für einen Namen ich hätte in Golf. Spitzname technisch. Guck mal, wer hat den? Oh nein. Okay, wir müssen direkt machen, Jungs. Ich sag euch ehrlich. Geht das überhaupt? Ja, safe. Warte, durch Wasser? Hoch? Okay, Wasser ist Dinger-Sohn. Wasser geht nicht. Ich bin kranker Macher, Bro. Ich bin drauf. Machoman einfach. Ja. Boah, ich bin der krankeste Macher. Ja, okay, du bist echt krass irgendwie so. Du bist kein Lacher. Und ich bin Chao. Das ist mal peinlich, was du gemacht hast, Bro. Soll ich dir sagen, wie ich jetzt reingehe ins Loch? So. Hä? Ah, 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 ah. Oh! Du verlierst noch, ne? Rex schafft's nicht. Rex schafft das noch. Rex schafft das noch. Der schafft das nicht mehr. Zwölf Schläge noch einholen. Okay, ich bin drin. Du musst ihn einfach nur jetzt. Andre, nicht getroffen. So, jetzt bin ich perfekt. Du musst treffen, oder du bist raus. Du bist kein Lacher. Bin drin. Ja, okay, Glück gehabt. Aber Rex hätte nicht mehr gehalten. 91, 101 und 111. Digga, das ist eine wilde Zahl. Aber, Freunde, ich guck mal sagen, wir gehen rein in die nächste Map. Let's go. So, Freunde, wir sind weiter in der nächsten Map. Digga, das ist bodenlos. Das ist einfach hole in one. Digga, das ist so unlos. Und jeder von uns braucht zwei Schläge. Du bist so ein Hund, du bist der größte Hund, den ich kenne, wirklich. Oh mein Gott. Piss dich! Ich schwör, du bist der Beste, aber nicht für mich heute. Ciao, Andre. Ey, nein! Du hast so Körmer kassiert, Digga. Piss dich wieder zurück. Piss dich zurück, Junge. Da unterher kommst, Junge. Er kommt da jetzt nicht mehr hoch, ey. Er kommt da echt nicht mehr hoch. Schlag! Schlag, Rex! Das ist wie, wenn du auf den Rücken fällst, du Mann. Oh, Maschine, Digga. Ich sag dir, dieser Pömpel hilft dir. Du gehst durch diesen Pömpel plus zwei Intelligenz. Hä, dann hab ich ja vier, Digga. Guck mal, ich sag euch ehrlich, soll ich euch Trick zeigen, wie das geht? Ja, zahm. Das ist ein Hund. Das ist ein Hund. Ich hab nichts mehr zu verlieren. Doch, ich bin erster, Digga. Geh mal rein, geh rein. Ah, Digga, ein Goldschirm macht zu viel Spaß. Das ist zu wild, Freunde. Okay. So, neues Level, neues Glück. Und ich sag euch ehrlich, man muss den hier machen. Und dann, oh, was? Ja, was war das denn? Geh mal weg, Bro. Guck mal, man muss so machen. Und dann geht man hier rauf. Und dann könnte man... Oh, Max, ich bin doch genau hier oben einfach. Idiot. Ach so, du Idiot. Du bist so schlecht, André, Digga. Was ist los mit dir? Nichts mehr zu verlieren. Richtig zu... Guck mal, ich mach direkt Dunkin' Donuts. Alles gut, hab doch nicht gemacht. Oh mein Gott, ich hab Brex rausgehauen. Ich sag nicht mal dir. Hey! Oh mein Gott. Hey! Ah! Das ist schon hart. Er wurde so haupts genommen, Digga. Oh mein Gott. Geil, du bist so blöd. Tschüss, du bist so blöd. Ich bin letzter! Ich bin letzter, Digga. André, was ist los mit dir? André, was ist los mit dir? Jetzt warte ab, Bro. Warte ab, ich komm noch. Ist nicht viel, ist nicht viel. Bro, ich bin so gut gewesen. Ich war immer noch gut. Geh mal weg. Oh, du nervst ein bisschen. Bro, wie stark muss man den schlagen? Aber nicht so stark, dass man Schlag schlag. Das ist halt ehrlich so. Als ob der schon oben ist, der Dulli. Hey Brex, du weißt, vorhin wir waren Freund. Hey Jungs, was geht? Ich weiß, ihr war... Guck mal. Ah, meine... Ich wurde gejinxt. Ah, meine... Ohne, man kriegt's so krass. Guck mal Brex, guck mal Brex, warte kurz. Warte kurz. Guck mal. So dumm... Ich bin drin. Er hat dich rausgehauen und ist dabei reingegangen. What the fuck? Ich versteck mich hier, ich komm nicht mehr raus. Ich spiel nicht mehr mit euch. Aber stell dir vor, verstecktes Hole in one. Du kriegst Minussschläge, ne? Wie Schläge hab ich am Nerkwein? 34, ich hab nichts mehr zu verlieren. Und ich werd euch so auseinandernehmen, Digga. Warte mal ganz kurz. Gibt's hier irgendein verstecktes Loch? Ich fau jetzt. Ist mir egal. Oh mein Gott. Doch, ja, hier hinten. Ich seh's. Ja, Gänsehaut, wie so das geht. Aber da... Das geht gar nicht. Oh! Oh mein Gott, das geht, das geht da hinten. Das geht da hinten. Ich weiß nicht mehr. Ihr habt mich auseinandergenommen. Okay, das geht nicht. Mach den normalen Weg, Digga. Bro, er will das hier hier balancieren. Ne, will er nicht. Arme. Arme, ne. Junge, piss dich doch, Bro. Hä? Check ich nicht, check ich nicht die Strecke, wirklich. Okay, ich weine. Okay. Bro, wie schlage ich denn? Du musst ganz rechts schlagen bei diesen Steinen. Schlag du doch, Schlag. Ab, ich guck. Noob. Danke, Bro. Nein. André, warte kurz. Guck mal, freundschaftstechnisch. Freundschaftstechnisch, sei kein Frosch. Ich hab keine Schläge mehr, du kleiner Hundebein. Ich auch nicht, oder? Das war's mit Dingsdouble 16, Jungs. Double 16, Digga. Hintereinander. Double 16. Das ist halt bodenlos, dass sie halt immer auf den Schwächeren geht. Beide aber so. Guck mal, das Ding ist, du trollst als erstes, Digga. Ich hab, was laberst du? Ich hab noch nie getrollt. Du hast Brex getrollt und Kamakazin. Was laberst du, Digga? Was laberst du? Guck mal, jetzt, guck mal, von oben komm ich runter. Boah, du bist eine Maschine, du bist rausgefallen. Du holst doch raus, Odoman. Glaub an dich. Glaubst du an mich? Glaubt die beide an mich? Ich glaub an dich. Okay, ihr seid solche Bluffer. Okay, ich checke, ich checke. Dass der halt das in One-Shot macht. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Warte. Warte. André! Man muss leichter machen. Man muss so machen. Genau. Und dann macht man so. Und dann rollt man ganz easy rein. André! Boah, ich bin cool. Hast du reingedankt, sei ehrlich. Er hat sich gedreht dabei. Ich war cool, aber ich bin immer noch nicht so cool, weil ich bin ich erster. Geh weg. Geh mit dir wirklich nicht spielen, Digga. Mit der hässigen Banane auch nicht. So, und jetzt, guck jetzt. Das ist... Oh, wild. Oh mein Gott, ich kann euch jetzt so wegtrollen, Digga. Ich hab nichts mehr zu verlieren. Scheiße, ich hab mich selbst getrollt. Alles gut, Digga, alles gut. Wir... Wir reden einfach nicht mehr. Oh mein Gott! Wreckst du das so ausgenommen, Digga? Wreckst du das so hopsgenommen? Er sagt auch noch was? Wie als ob irgendwas passiert wäre so. Äh, voll gut. So, nichts ist passiert. Wünff und Wünff. Wünff und Wünff. Wünff und Wünff. Wünff und Wünff. Äh, voll gut. Okay, wo muss ich jetzt hin? Hä? Äh, voll gut. Und jetzt? Ah, nach da oben! Ah, da nach oben. Da nach oben? Okay, da hinten, da hinten, da hinten. Oh, ich bin zu gut. Ich bin schlecht. Ach so, wie weit? Er ist schon weit. Oh, ich bin zu gut. Ich hab direkt reingedankt und bin rausgeflogen und runtergefallen, Digga. Traurigste Story of my life. Story of my life ist die traurigste... Ah, meine... Jetzt! Jetzt! Und je... Und jetzt! Die nächste 16, Digga. Nein, was laberst du, Digga? Guck mal, guck mal jetzt, guck mal jetzt. Du kleiner Hund, wenn du runterläutzt. Oh, du mann aufgegeben. Guck mal. Hä? Warte, warte, warte. Was suchst du da? Oh, ich weiß doch auch nicht, Mann. Ich hab der Automatsch gefunden, Digga. Bruder, wenn du den schaffst, ich hab 16 Schläge, Digga. Bruder, wenn du den schaffst, hat der Automatsch... Haben wir da einen Maul, Junge. André, was los, André? Was los? Ich weiß gar nicht, was man hier machen soll. Ich hau einfach irgendwo hin. Okay, okay, ich bin stark dabei. Vier Schläge. Schlag, Schlag. Ich werde euch so auseinandernehmen. Ihr werdet nie mehr... Ich kann nicht mehr reden. Ich werde... Lass einfach. Ich gehe schlafen. War gar keinen Sinn, was du da machst. Ich gehe hier hinter, du kannst... Und jetzt? Du fällst runter. Du gehst Twixshot. Du fällst runtergefallen. Ja, mach Twixshot. Boah, stabi... Boah! Der war stabil, Digga. Dann lass die Geld, Digga. Ich schlafen, Bro. Twixkey machen. Das war's, Twonk. Twixshot. 85. Denkst du, ich habe was zu verlieren, Rex, Digga? Dixi, Dixi, Daxi, Daxa. Dann mache ich lieber André zum Ersten, Digga. Der mich die ganze Zeit trollt. Du, ich habe 14 Schläge. Was gar keinen Sinn macht, Digga. Ich gehe rein, Digga. Das macht schon Sinn. Mach mal ich mal zum Ersten. Mach mal, mach mal, mach mal. Mach mal, mach mal was zu essen. Wie viel zahlst du? Vier. Vier war's. Äpfel, Birnen, Quadrate. Eier. Eier, wir brauchen Eier. Okay, sehr gut. Rex, 12 Schläge. So, guck mal, das ist easy peasy, Jungs. Wer das nicht in Hole in One... Klatter. One macht das cool. Was schlägst du mich? Geh mal weg, du hässliche... Oh, danke, Mann. Oh mein Gott. Du hast uns beide reingehauen. Nein, nein, ich habe mich selber reingehauen. Ich habe Hole in One, Mann. Guck mal, hier ist Wasser. Man muss schwimmen, Jungs. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin eigentlich gut in dem Game, Freunde. Ich bin so gut, ey. Pee die mal, Digga. Was soll das? Was? Geh mal weg, Digga. Was willst du hier wieder? Geh mal weg, Digga. Oh, ich habe geäfft, geäfft. Ich bin wieder hier. Null Sinn. Ich komme gerade wieder. Ist mir egal. Komm doch wieder. Komm wieder. Komm. Komm gerade wieder. Ja, ja, haut mich rein. Du bist so ein Ehrenmann, oder man? Du bist so ein Ehrenmann, Digga. Hey, heute meine Challenge ist, euch krass zu machen. Ehrenmann-Challenge. Ehrenmann-Challenge in Golfitz. Boah, die neue Ehrenmann-Challenge in Golfitz, neuer Titel. Mach nicht. Ich mache safe nicht, Digga. Wird nicht geklickt, weil ich muss dich einmal benutzen. Danke. Benutz ihn einmal. Oh, ich sage dir ehrlich, 99 Schläge sind stark. Das ist echt stark. Oh mein Gott, Digga, das war ein Trickshot. Wir sind echt gerade Ehrenmänner alle auf einmal. Nee, lass mal nur Ehrenmann sein. Okay, lass echt nur Ehrenmann sein. Ehrenmann. Ehrenmann. Ah, ich bin rausgeschlagen, weil die Map nicht Ehrenmann war. Okay, guck mal, ich gebe dir jetzt Ehrenmann-Move, okay? Du kleiner Hund. Boah, ich war zu viel Ehrenmann, dass du Ehrenmann zu mir bist. Boah, Kuss. Das war Ehrenmann. Ja, wir haben doch Ehrenmann-Modus gesagt. Guck mal. Dein Schnauz, okay? Warte, bleib da, ich schiebe dich rein. Ey. Oh mein Gott, er hat den Bann gebrochen. Ich wollte dich... Er hat den Bann gebrochen, Digga. Du kleiner Hund, geh mal schlafen, Junge. Ich wäre reingegangen, hätte ich nicht geäfft. Ich dumme Stück schönes Mensch. Hä? Wie bist du durch André durchgefliegt? Maladie. Ich habe ihn gedrückt. Hä? Nein. Boah. Boah. Wild, Jungs. Sieht gut für mich aus. Sieht bei dir stabil aus. Nur von hinten aber. Hä, woher bist du hin? Ach, da hoch. Ach, da hoch. Einfach. Verlau. Es ist nicht einfach. Hä? Bin ich doof? Hä? Ja. Boah, ich hab's. Ja? Was war das, Digga? Ja. Ich habe dabei gehauen, okay? Boah, ich habe den Popel gefunden. Hä? Popel gefunden? Komm, wir müssen hier nach hinten, Jungs. Vertrug. Ich habe Baba geschlagen. Wer mich jetzt trollt. Boah, der ist echt krass verschlagen. Guck mal, wir haben beide nicht getroffen, eben. Ups. Ihr Lutscher. Ihr seid richtige Lutscher. Hä? Du konntest mich einfach nicht schlagen, oder? Digga, du bist unmusikbar. Guck mal, jetzt. Guck wie. Hä? Da war eine Ritze. Ey, das geht nicht. Was mache ich da denn, Digga? Jetzt. Jetzt. Was mache ich denn? Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Träum mal Briggs, das ist Out of Stroke. Ja, brauchst du ja. Nein, ich habe selber fast Out of Strokes. Schirr mal. Nein! Ich fall runter, oder? Ich fall nicht runter. Träum ihn, bitte. Nein, du bist so blöd. Nein, du bist so blöd. Als ob er das einfach so easy mit einem Schlag macht, Digga. Ich habe dafür 20 Schläge gebraucht. Auf einmal, er backt nach rechts ein bisschen und so. Okay, Jungs, ich sage euch ehrlich, erste Runde habe ich gewonnen, letzte Runde habe ich verloren. Wir haben einfach Platz getauscht, ich und Briggs. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo, da checkt die Jungs ab. Haut rein, macht's gut rum. Peace. Peace. Peace.